Hallo, willkommen auf dem Borussia-Nachrichten-Kanal. Es ist mir eine Freude, Sie hier zu haben. Abonnieren Sie den Kanal, um über alles, was in Borussia, unserem Herzensklub, passiert, auf dem Laufenden zu bleiben. Ohne weitere hinzufügen, erhalten wir die aktuellen Nachrichten von Borussia. Hummels über Nicht-Nominierung, nachvollziehbar. Für Routinier Mats Hummels ist seine Nicht-Berücksichtigung für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft keine Überraschung gewesen. Ich habe ehrlich gesagt damit gerechnet, sagte der 35 Jahre alte Abwehrspieler bei Dason nach dem 3 zu 1, 1 zu 0, mit Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt. Die Partie war sein erstes Bundesligaspiel von Anfang an seit Mitte Dezember, Hummels traf per Kopf zum 2 zu 1, dafür sind die anderen zu gut, als dass jemand nominiert wird, der nicht regelmäßig spielt, sagte Hummels über die Entscheidung von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Ich hatte die Wochen schon verplant, deswegen kam es für mich nicht überraschend, sagte Ex-Weltmeister Hummels grenzend. Es ist völlig nachvollziehbar, dass die, die wochenlang Topleistungen bringen, dabei sind. Nagelsmann hatte auch Hummels, Teamkollegen Emre Ken, Niklas Süle und Nico Schlotterbeck nicht für die anstehenden Länderspiele in Frankreich und gegen die Niederlande nominiert. Das muss der Trainer entscheiden, sagte Ken und ergänzte mit Blick auf die Heim-EM im Sommer, ich habe ein gutes Gespräch mit Julian gehabt, er hat gesagt, dass die Tür noch offen ist. Ich werde darum kämpfen, ich möchte sehr gerne dabei sein. Enttäuscht über seine Nicht-Berücksichtigung äußerte sich der Frankfurter Kevin Tapp. Wenn jemand nicht eingeladen wird, ist es immer schwer, das nachzuvollziehen, sagte der 33 Jahre alte Keeper bei Dason. Sein Gespräch mit Nagelsmann sei nichts Besonderes gewesen, er hat mir mitgeteilt, dass ich nicht dabei bin und das war es dann. Eine EM-Teilnahme hat er aber noch nicht abgehakt. Alles, was ich machen kann, ist meine Leistung auf den Platz bringen und alles dafür geben, dass ich zur EM fahren kann. Bleiben Sie auf dem Kanal, denn ich poste immer die neuesten Nachrichten aus der Borussia.